Ich geh ums Eck und lass mich töten. Ja. Okay. Okay. Ja. Sein muss, weil ich sogar mit der Glocke one-hitted, Alter. Zum Weinen, Alter. Hängt euch alle auf, ey. Ganz ehrlich. Oh, Junge. Jetzt komm mal einfach die Scheiß mit. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nobbel zu Globbel. Oder vielleicht auch Saugtag 2.0. Man weiß es nicht. Man ist sich nicht sicher. Aber wir haben tolle Maps im Pool. Only. Also wir haben nur... Ist das eh Kabel? Ist Nuke Active Duty? Nein. Gut, wir haben nur Reserve-Maps außer Kabel-Zone. Deswegen wird's auch Kabel. Oh! Nein! Oh mein Gott, Alter! Oh nein! Anscheinend spielen wir gegen drei Deutsche. Oder vier Deutsche? Man weiß es nicht. Gegen vier Deutsche. Wahrscheinlich auch gegen fünf, oder? Ich schaue mal kurz, ob die den komischen Menschen in der Freundesliste haben. Mit einem privaten Profil. Alles klar. In den Kommentaren steht schon, minus Rap Hacker. Das wird, glaub ich, ziemlich lustig. Aber wir haben hier Private Paula mit 58 Stunden. Ähm... Max? Ne, Max ist weg. Das hässliche Mofa. Was ist denn das? Alles klar. Ist in Ordnung. Was ist denn? Uiuiuiui... Wie tut das? Max? Ja? Max, du Hidec-Staubsauger. Was fällt dir ein? Wir spinnen gegen Voll-Deutsche, glaube ich. Ja, ich glaube, wir spinnen wirklich gegen Voll-Deutsche. das gehört ja wohl deutsche also das ist lustig und es steht auf meinen profil chat-rapecker aber der private paula hat wenigstens nur 85 stunden 58 also können wir auf was hoffen nachladen 13 schuss alles klar hat schlark alles klar scheiße mann scheiße warum machen wir sowas eigentlich so ein hässliches projekt was hast denn geschrieben auf der office gelaufen sind und die märkstück wenn einer schreibt ist so dicker dann hört es schon wieder auf ich hasse diese sprache heutzutage die leute sollen in die schule gehen und lernen sich zu artikulieren ja wie man so schön sagt schön auch wenn es nicht du warst ich bin fan von wenn der backspanne der gibt uns jetzt richtig hart ich gehe ums eck und lasse mich töten ja wollen wir vielleicht wirklich auf die exif dinge umsteigen ja weil so leid mit dabei es macht jetzt schon keinen spaß wenn ich sowas schon wieder hier erleben was ja ich genauso wie wenn ich mich direkt aufhängen da ist keiner soweit ich weiß das ist bisher immer noch nicht du die farbe hast du sag mal alter ich guck ich guck aufs korbot und dann kommt er ums eck hey alter wenn ich jetzt kein schnittmann bekommen würde alter hat er die headshot gegeben sein mate max ich predikte ja er cheater und zieht die anderen hoch ja das ist meine vermutung ja das würde meine sagen weil dieser why you not dead der ist das ist nicht lauer als ein Stück braut das habe ich schon festgestellt und alles klar warum trifft er den jetzt nicht hat er hat es nicht gelockt durch die wand durch ein lap der durch ein monitor halt dass du reich komm doch auf dich die hochte hm rei wollte die gar nicht Youtube schön alter ich komme nicht immer durch die türen auf dieser scheiße map und wer spannt denn deinem team spie also mal raus tappen und die leute ficken alter Haben wir die Runde schon verloren? Ne. Marty McFly is not alive. Der hat 404. Skill not found. So, wir schließen Wetten ab. Wir töten ihn. David, oder? Okay, gut. Die Wette hat sich erledigt. Ich hab keinen Bock mehr. Ja. Am Arsch, Alter. Das war ich. Ne, ich drück jetzt auf 1. Richtig made, cause bad. Wenn wir jetzt krass spielen und Kills machen, kommt das sowieso dann irgendwann an. Und dreht sich. Hat er ausgemacht? Jetzt hat er keinen einzigen Schuss. Und vorhin hat er im Rennen einen Headshots gedrückt, Alter. Hm, richtig. Der leget, meget, Mann. Sorry. Magig, Alter, sowas. Ist richtig geil. Ja, David, danke. Geile Scout. Schön. Als ob der drauf war. Und als ob du den damit triffst. Sowas trifft nicht. Warum nicht? Ja, hast du's dir mal angeschaut? Ne, ne? Hast du weggeguckt? Du hast oder dein Mopper? Mann ist der Hund. Was, du hast oder dein Mopper? Aufgemacht, du Hund. Leg mich am Arsch. Wer hat sein Moped aufgemacht? Loll, Alter. Jede Frage. Es war klar, dass Private Paula deutsch ist. Jetzt wird's lustig, Alter. Ich spür's in meinem Urin, Alter. Oh, shit. Hab ich kassiert? Erstmal NS schreiben. Einwärtsprinzip. One is very low, guys. Du gegen den Rest der Welt. Siehst du, wenn jemand nicht mal bei NS antwortet, das ist schon suspekt. Das ist schon suspekt. Schön. Oh. Oh. Lass die 0, lass die 0. Ich glaub den hast du gehittet. Lass, äh, 20 HP den. Alter hat er die Geisel gesaved, oh mein Gott. Rechts, ah. Schade Mann, es wär zu gut gewesen. Time, come on. Wenn Lachs'n scale, wehrt uns weiter. Ja. Genau. Und das sagt einer. Schön, Paula. Mit 4 zu 8. Ich hab's auch 3 zu 7, ja? Aber ich finde es immer amüsant, dass solche Leute immer so cool sind. Mann, sing. Das sind selten. Das sind selten. Echt. Achso. Alter. Ich hab' hier. Junge, 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 Junge. Was geht denn gerade rein, jetzt? Alter, die Flash. Leute, die müsst ihr euch merken. Ist exzentsiell wichtig. Okay, das geht gerade rein. Weil wir mit der M drauf. Weil der was? Weil wir mit der M drauf. Ach, und mit der M4 A4 nicht, ne? Mit der M4 A4 fliegen die Kugeln von selber ins Gesicht. Die Weisheit des Maximilians. Der kommt ja wieder mit Stratgun, Alter. Ficker, Alter, ins Gesicht. Ich guck' mal, das ist der Homie. Auf, es ist ne richtige Gammel-Map. No joke. Right. Wie kann man da so ne hässliche Map entwickeln, eigentlich? Oh fuck. Sorry. Alter, jetzt bin ich down. Schießt er mir in den Rücken. Haha, sorry. Und dann schießt mich der andere eine, dann hatte ich sie im HP oder so. Die Runde war richtig hart für den Zack. Ach so, war der nicht mehr drauf, oder was? Okay, wo war denn der Schuss hinten? Wo war denn der Schuss hinten? Ich ripp mich gleich ins Gesicht, Alter. Ich geh gleich weiter. Ich weine schon seit Tagen. Ich weine jetzt gleich. Und dann weine ich noch. Das Glas hat zwei Hits gebraucht. Das Glas hat zwei Hits gebraucht. Ohhhh. Der Bass fällt lieber auf, sonst kriegst gleich an Headshot mein Gesicht. Weil die alle entschieden. Ohhhh. Ich weiß ja, du hackst immer den ganzen Tag. Genau. Mann, Alter, warum hab ich immer so ein Pech? Man hätt's den denn früher ausschalten können. Das macht halt aber auch schon von vornherein keinen Spaß auf der hässlichen Drecksmap, ey. Kriegst du die alle Splennen. Kacksenwaffe, Alter. Hau das raus. Da hat er's. Der alte Luscher. Was macht der denn? Was machst du denn, du alter Hund? Skruggel. Und die Hasen. Was hast du... Was ist jetzt mit nem Hasen? Er hat geschrieben, ich bin jetzt immer von einem Geschirrbuch, was ist Bugs Bunny? Und jetzt wird er geschrieben, nennen Hasen. Wir fragen nochmal, ob er deutsch kann. Weil ich bin mir da jetzt grad nicht so sicher. Geile Nate. Und jetzt kommt die Todesflash. Und jetzt zieh ich rum. Und jetzt. Wir fragen aber, ob er deutsch kann. Meist ja so, Berlin. Ah, das erklärt er alles. Mann, Deutsche saugen ständig am Anus. Das wollen, ne? Da, die. Da. Oh, scheiße. Bugs Bunny ist mal wieder am Start gewesen. Ach, und den Private Paula trifft er nett bei 83 Schuss. Na, bei mir gibt er direkt. Ja, leck mich hart am Bobo, Alter. Ich hab keine Lust mehr, man, du Dreck hier. Sein muss, weil ich sogar mit der Glocke one-hitted, Alter. So ein Weinen, Alter. Hängt euch alle auf, ey. Ganz ehrlich. Oh, lol, Alter. Wie ich die gerade geschnitzelt hab, die Bock. Die Dosen, na, das sah echt erotisch aus. Da ist noch einer. Dort. Falls du grün bist. Let him, let him come. Hey, I will come. Let him come. Lass ihn da, der kämpft ab. Ja, ja. Pass auf, der singe schreckt noch. Oh, der ja. Oh, der ja. Mein guter alter Homie. Der ja. Oh, der ja. Der ja. Der ja. Der ja. Der ja. Der ja. Da vorne, an der Gleiselpass. Langraum wieder rein. Go away. Weisé. Das war's. I don't know. Guck. He is low hp, too. He is low hp, too. Da kommt, glaube ich, von links. Von da kommt der, glaube ich. He is coming. He is coming. Er kommt doch wieder zurueck. Er schon da. Muffladen, Alter. Vier Leute geben Macht, Alter. Schöne Rundersieger. Alter, Muffladen, nicht schlecht. Schon wieder mein Mikrofon gehauen. Schön. Report, oder? Ach so, ja. Kuntich, spielt Kuntich. Jetzt wieder zu troggeln, oder? Simon. Ich mit mir. Simon? Ja? Hard low. Was, du bist low? Die sind low. Wer? Die Wettner. Richtig. Ich finde es auch lustig, wie sie dich melden. Aber der Gegner, der im Gegner-Team, der ungefähr dieselben Setz hat wie du, ne? Der, 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 der. Der, 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 der darf man nicht melden. Vor allem in den ersten Runden war der ziemlich legit. Wo er 9-0 hatte und dann bemerkt hat, oh, das ist ja komisch, wenn man 9-0 hat. Und nur mit Headshots durchrennt, oh. Du, Saukobold! Ist er abgebrannt, Alter. Im Ofer! Ach, so. Der war drauf. Komm mal schon rein, Taukel. Der war, auf jeden Fall, war der drauf. Wenn ich Taukel, dann nicht gewinnt. Kannst mich mal hart am Arsch, Alter. Wie kann man nur sowas treffen, Alter? Wie kann man denn nur so dreist sein? Nachher mal das Spiel nochmal angucken. Macht das. Glückwunsch, du, Alter. Hunk, schreibst nicht so viel und spiel. Was? Du, Hunk. Und das heißt, Hunk. Nice one. Alter, du, Lacker. Hm, hm. Hätte ich nicht so hart verkackt, hätte ich den schon vorher genutzt. Weißt du, ne? Kann ich ja nichts dafür, dass wir keinen in unserem Team haben, der sieben Kills hat. Hätten wir nämlich sowas Sagenhaftes in unserem Team. Dann wäre ich auch nicht letzter. Ja. Nice. Bangs. Was, 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 wie können, hä? Ja. Ja. Hurra. Zufall. Der hat sich in eure. In meiner net. Alter, das war ja schon wieder ein witziger Mann, den merke ich mir feil. Huuuuh. Alles gern was. Wenn man nur beleidigen kann, dann sollte man sich halt einfach aufhängen, weil es so meine Meinung, die ich so vertrete, persönlich, ja. So. Da hast du noch, du alte Loppenzichter. Du kennst ja nicht den Loppenzichter. War schon immer mein Homie und will auch immer bleiben. Na, ich sag mal, du stinkst zu viel. Hast du es gemerkt, wie die richtig krass gegeben hat? Ach so. What low HP? Jetzt befinde ich mich in einer Zwickmühle. Und ich gebe ihm 8 und 40 in 1. Cool. Okay, jetzt 2 hatte ich jeder. Echt? Ja, ich war gerade nebenbei auf WhatsApp Audios machen. Aber den G-Wechsel verliere ich nicht. Ja, ja, Max. Du alter Staubsauger. Alter, wie die Dinger, wie diese Dinger da fliegen einfach nur. Das ist so eure Rosasch. Ja, ich habe das. Flasch einmal. Was? In der Smog low HP, ich glaube. Run, 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 run. Run, 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 run. Run, 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 run. Ja. Ich kann halt auch nichts mit mehr machen, als zwei Leute fallen, zwei Leute anhütten. Wie unlockig sich verständlich. Aber ich glaube, diesem Grillmon und Wii, dem hat es, glaube ich, geschmeckt. Haben die jetzt eigentlich schon eine Hostage? Ne, nein. Komm, mach's. Run, run, run. Wenn er jetzt auch noch was damit treffen würde. He won't come back, I guess. Alter. Und jetzt hat er gewonnen. Und jetzt die Ava nehmen und mich an den Tisch. Ja, geiler Ava auf jeden Fall. 4thp, 4thp. Das 4thp, das 4thp. He's long. Schön. Ja, Mann. Zerpickt. Also, ich glaube nicht, dass es ganz... Alter, ich habe ein Graffiti. Du hast Nut bekommen. Der Sheriff bin ich jetzt. Jetzt muss ich nur noch der MG sein. Dann will ich. Der coolste auf dem Kinderspielplatz. Ey, wow, die haben die genau dieselben Ringen wie die vorher auch. Klar, Eats, ihr seid mies. Hauptseite, der andere hat einfach mehr Kills. Du hast einfach keinen Kill mehr gemacht. Kann das sein? Seitdem du geschrieben hast, dass der nur 4 Kills weniger hat. Weißt du, was geil ist? Gratulette und zu Ihren letzten Wettkampfssiegen. Bitte warten Sie vor Ihren nächsten Wettkampfspielen darauf, dass die Matchmaking-Server die Einstufung ihrer Skill-Gruppe anhand ihrer jüngsten Leistungen kalibrieren. Ich muss das Spiel runterladen. Mit diesen wunderschönen Worten verabschieden wir uns von euch für diese wunderschöne Folge. Äh, ja, von Nobel zu Global zusammen mit dem Max auf wahnsinnig tollem Inferno. Hey, ja, gut, dass du Pferdl. Ja, Alter. Danke, Pferdl. Ich finde, dass dein Pferdl sieht schon ganz gut aus. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Größte Hand. Ciao.